Was bisher geschah... Das war blöd. Ich muss irgendwie... Yes! Bravo! Bravo! Ich trete durch. Ich trete durch. Oh, komm, 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 komm. Da, 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 da. Nein, nein! 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 Oh, Mann. Doch. Ehin, nie, den machen wir jetzt noch fertig, Hm keine Chance, der könnte gut kommen, der könnte gut kommen. Ach, okay, jetzt, 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 hier, 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 das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Nein. Oh. 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 Oh Mann. Was für der grösste Mistlevel. Oh. Komm. 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 Nee. Komm. 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 Yes, yes, jeeeesssss! Oh Gott! Ich! Oh Gott Leute! Nein! Ich! Das darf nicht sein! Das darf nicht sein! Das darf nicht sein! Was? Oh! Danke! Wie nett! Wie nett! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein. Da war ich doch schon. Oh Mann. Ich... Ich schmeiß mich absichtlich runter. Damit ich hoffentlich eine Chance habe, einen Ort zu erreichen, den ich noch nicht gesehen habe. Was zur Hölle mache ich hier? Wo? Es sucked los. Da war ich schon. Es sucked los. Das kann nicht sein, oder? Ich meine, ich weiß schon, dass ich hier war, aber... Was habe ich jetzt von diesem zweiten Eingang? Was habe ich davon? Wenn hier nichts anderes ist. Was habe ich von diesem Eingang? Habe ich irgendwas von dem? Oh Mann. Mann. Nichts, glaube ich. Nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann... nicht... wahr sein. Das... Das kann doch gar nicht wahr sein. Das... Was habe ich von diesem zweiten Eingang? Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Nein. Wisst ihr was? Ich lasse mich nochmals runterfahren. Vielleicht... muss ich einfach hier links herum... fliegen. Nein. 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 Ich dreh durch. Ich... ...dreh... ...durch. Oh... Achso... Ich habe noch... Eine Idee. Noch eine Idee. Okay. Gut, dass ich damit hüpfen kann. Das ist super. Nein. Ey. Hey, ich bin jetzt... Das Ding ist, sobald ich diesen einen einschalte, dann schaffen sich alle einen. Darauf habe ich keinen Bock. Schon wieder 10 Miniker. Oh Mann, mein ganzes Geld. Okay, jetzt mache ich Satt, jetzt mache ich Satt. Ist das frustrierend. Ist das frustrierend. Da oben wäre noch ein Herz, aber ich habe keine Lust. Oh Mann, ey. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So, jetzt ist mein Plan noch, hier herumzufahren einmal und hoffentlich dort einen geheimen Mond zu entdecken. Hier. Okay, wenigstens habe ich das Geld zurück. Und hier. Da oben vielleicht. Okay, oh Mann. Da muss ich jetzt aufpassen. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin ein Führter vom Kippstein. Bitte, hier ein geheimer Mond, bitte, 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 yes, halleluja, oh man, ich hab's, ich hab's, okay, jetzt geh ich nach Haus, äh, irgendwo da raus, ähm, zur Odyssee am besten, sofort zur Odyssee. So. Das. Ja, hab die noch was gefunden, nehm, ja, 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 muss ich jetzt, ja, okay, und das ist voll eklig und du. Wenn du die Joy-Kons, äh, fest, da drin hast. Jetzt haben wir 76 Monde. Und im Seeland fehlt uns noch ein Mond, den ich blöderweise total übersinn hab, obwohl ich den ja... Den hatten wir schon, oder? Jetzt müssen wir auch mal gucken, wo das denn war. Ähm, den hatten wir, glaube ich, schon, ähm... Äh, ich bin mein... Ich bin mein Mütze wieder. Jetzt war... Bin mein Mütze wieder... War das irgendwo... Irgendwo... Das war irgendwie hier oben. Da. Nee, das war da oben. Da oben war es. Ja, ist schön, dass wir die Unterwasserwelt kurz angeschaut haben. Ja, das war's. Ja, das war's. Einige Münzen. So, da war es. Da haben wir nämlich in der Kiste einen liegen lassen. Das ist echt unglaublich. Jetzt hoffe ich, komme ich nochmals dorthin, weil das war gar nicht so einfach, das nehme ich auf dem höchsten Punkt hier. Aber jetzt ist es näher, wie es geht. Jetzt wird sich das nämlich bewegen. Hm, noch nichts. Jetzt müssen wir den nur noch nehmen. So. Das war's. Okay. So. Und nun können wir endlich zum nächsten Land düsen. Und das nächste Mal besuchen wir das Land und es könnte sein, dass das sogar mein letztes Video sein wird. Das nächste Land ist nämlich... Das Forstland. Und da werden wir das nächste Mal hinfliegen. So. So. Seid gespannt und schönen Abend. Tschüss zusammen. So. 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 So.